Ein herzliches Willkommen wieder von Hayden, in diesem Video erweitern wir unsere Scheune auf 10.300 und guckt mal wie nötig es auch habe, ich habe 41 Plätze sogar drüber, so nötig hatte ich glaube ich selten mal eine Scheunenerweiterung wie jetzt diese auf 10.300, ich brauche einfach 224 von jedem Ding, das ist so viel, unfassbar, wir haben immer noch das Ziel Scheune maxen, das war hier schon mal eine gute Farming Session, ich habe auch viele Sachen von euch bekommen, deswegen danke nochmal an jeden der mir dabei geholfen hat und das Farmen klappt aktuell super, Scheune maxen kommt auch demnächst wieder der nächste Stream, wo wir weitermachen werden, 6 Farmen sind ready und dann wird es richtig losgehen, auf Stream mache ich da auch schon immer ein bisschen, 10.300, jetzt ist es am Start, mega gut, schreibt mal in die Kommentare eure Scheunengröße, euer Level wird mich interessieren, wo ihr so steht, ich bin bei 10.300 und bin mal gespannt ob einer mich toppen kann, in dem Sinne wünsche euch einen schönen Tag, wenn euch das gefällt, lasst dem hier gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, würde mich sehr freuen, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein und ciao! Vielen Dank!